Herzlich willkommen bei Nextmove zu den Next News. Wir haben heute wieder brisante Themen mit dabei, hier zunächst die Übersicht. Flutet China Europa mit E-Autos, Preiskampf bei MG, Personalabbau bei Tesla, Globus gibt Strom, die Stärke des eigenen Ladenetzes ausspielen, Leichtbaukoffer im Härtetest, E-Cannonball, R-König Schau und Neues von Nextmove. Film ab! Flutet China Europa mit E-Autos? Offenbar ja, das behauptet zumindest ein aktueller Artikel des Magazins Inside EVs. Die Rede ist von verstärkter Expansion nach Europa und Südamerika wegen einer Abkühlung der Nachfrage auf dem Heimatmarkt China bei gleichzeitig wachsenden Produktionskapazitäten. Die Rede ist von industriellen Überkapazitäten. Die USA haben bereits sehr deutlich gemacht, dass man Störungen für die heimischen Autohersteller durch Chinaimporte verhindern werde. In Europa sucht man noch eine Position. Bereits seit Monaten prüft die EU, ob man zusätzlich zur normalen Verzollung auch Strafzölle auf chinesische Autoimporte verhängen soll. Diese Woche war ja auch Olaf Scholz in China. Seine Worte auf der Reise? Das Einzige, was immer klar sein muss, ist, dass der Wettbewerb fair sein muss, sagte er in Shanghai während einer Diskussion mit Studenten. Und weiter? Also, dass es kein Dumping gibt, dass es keine Überproduktion gibt, dass man keine Urheberrechte beeinträchtigt. Problemansprache ja, aber natürlich moderat. Scholz' Reisebegleiter klingen dagegen so ganz und gar nicht nach Strafzöllen. BMW-Chef Oliver Zipse betont, wir fühlen uns auch nicht bedroht durch chinesische Hersteller. Wir haben aus aller Herren Länder Hersteller in Europa und wir haben uns immer im Wettbewerb sehr gut geschlagen. Und Mercedes-Chef Kellenius auf die Frage nach Strafzöllen? Der beste Schutz ist, wettbewerbsfähig zu sein. Also sollten wir jetzt nicht in die andere Richtung gehen. Bisher spielen China-Importe in Europa, insbesondere auf dem größten Einzelmarkt hier in Deutschland, nur eine untergeordnete Rolle. Wer unserem Kanal folgt, der kennt die aktuellen Zulassungszahlen. Die Top 10 sind vollständig deutsch dominiert, wie hier im März. Die Autos der Plätze 2 bis 10 werden von deutschen Konzernen hergestellt. Das Tesla Model Y ist zwar amerikanisch, wird aber auch in Deutschland gefertigt. Chinesische Hersteller nutzen aktuell europäische Häfen, um ihre Überbestände zwischenzulagern. Namentlich genannt sind die Autohefen von Brücke in Belgien und Bremerhaven. Offenbar kommen verschiedene Faktoren zusammen. Zum einen ist ja hierzulande die Nachfrage nach E-Autos und das Konsumverhalten allgemein ziemlich abgekühlt. Zum anderen gibt es schlicht auch Logistikprobleme, das heißt einen Mangel an LKW-Kapazitäten, um die Fahrzeuge vom Hafen in den Handel zu bekommen. Die Rede ist von einem logistischen Albtraum an den Häfen. Die Frage ist, ob und wann der massive Preiskampf aus China auf Europa überschwappt. Beim Weltmarktführer BYD lässt man es eher ruhig angehen bisher. So zumindest die Äußerung von BYD-Chef Michael Schuh kürzlich im Interview gegenüber der Automobilwoche. Nach einem Preiskampf in Europa gefragt, sagte er Mitte März, Bisher haben wir nicht teilgenommen. Bisher haben wir gesehen, dass einige traditionelle europäische Premium-Anbieter und eine bekannte nicht-europäische Marke hohe Rabatte angeboten haben. Wir sind klein und setzen unsere eigenen Preise fest, halten sie so lange wie möglich stabil und nehmen nur kleine Änderungen vor, wenn nötig, da wir es für unfair halten, die Preise zu oft nach oben und unten anzupassen. Was wir in letzter Zeit in Europa in Bezug auf die Preisgestaltung von Elektroautos gesehen haben, ist zu viel Überreaktion. Zur Einordnung, die beiden weitgehend wirkungslosen BYD-Preissenkungen vom Januar in Deutschland waren also noch kein Preiskampf. Zu den Zielen befragt, sagte er, Für Europa insgesamt planen wir, einen Marktanteil von 5% an den Verkäufen von Elektroautos zu erreichen, bevor die Produktion beginnt. Der Satz bezieht sich auf den Aufbau eines eigenen Werkes in Ungarn. Im ersten Quartal dieses Jahres waren es in Deutschland übrigens 393 Autos für BYD. Damit steht man hierzulande bei 0,5% Marktanteil bei E-Autos. Eine Verzehnfachung der Absatzzahlen ist also das Ziel und das im aktuell schwierigen Marktumfeld. Die Marke muss also schleunigst bekannter werden und ein millionenschweres Marketingbudget wird investiert und der schnelle Weg geht in Europa über den Fußball. Im Januar verkündete man die Partnerschaft als E-Mobilitätspartner der UEFA Europameisterschaft 2024. Der Sponsor aus China verdrängt damit Europas größten Autokonzern aus dieser Rolle, Volkswagen. Wenn die Europameisterschaft im Juli zu Ende geht, wird der Name BYD vielen Millionen Europäern geläufig sein. Bei BYD also noch kein Preiskampf in Europa, aber im Marketing hat der Angriff bereits begonnen. Eine andere chinesische Marke zeigt aber schon heute, in welche Richtung sich das Ganze entwickeln kann und was man preislich bereit ist zu tun, um die Autos aus dem Hafenstau zu deutschen Kunden zu bringen. Preiskampf bei MG Wir sagen es ja häufiger hier auf dem Kanal und zur Einleitung ins Thema heute auch gerne nochmal. Elektroautos werden in Deutschland überwiegend im Leasing beschafft, sind also, wenn man so will, Ratenprodukte. Nur wenige Kunden kaufen ein E-Auto. Insofern sind die Listenpreise natürlich weniger relevant als die Leasingraten. Auch wenn der Leasinggeber meist nicht identisch mit dem Fahrzeughersteller ist, kann man davon ausgehen, dass es intern umfangreiche Vereinbarungen gibt, um bestimmte Konditionen darzustellen. So bestimmt auch bei MG. Die Marke gehört zum SAI-Konzern. In Österreich und in Niederlanden ist man schon länger präsent. In Deutschland startete man 2021 den Verkauf. Topseller ist aktuell der vollelektrische MG4, den es inzwischen in vier verschiedenen Antriebsvarianten gibt. 2023 landete das Modell auf Platz 13 in Deutschland mit monatlich im Schnitt über 1000 verkauften Einheiten oder eben verliesten Fahrzeugen. Diese Woche hat MG die Leasingraten nochmal gesenkt. Für die Luxury-Variante mit der 64 kWh Batterie sind es 229 Euro. Für das Basismodell mit der kleinen Batterie sind es 159 Euro. Dass es keinen echten Haken gibt, zeigt der Blick ins Kleingedruckte. Tageszulassung nur für Privatkunden, solange der Vorrat reicht, spätestens aber bis 30. April, marktübliche Überführungskosten von 999 Euro, keine Sonderzahlung, vier Jahre Laufzeit mit je 10.000 Kilometern. Auf die Gesamtlaufzeit ergibt die Summe der Leasingraten einen Betrag von 7.632 Euro. Dass Listenpreise keine hohe Relevanz haben, hatte ich ja eingangs erwähnt, aber auf dem Papier liegt der Listenpreis für dieses Modell bei 34.990 Euro. Ich darf das Auto also jetzt vier Jahre benutzen, zahle als Gegenleistung über die Laufzeit nur ca. 22% des Fahrzeugpreises und die Zinsen sind da auch schon mit drin. Hier mal noch ein kleines Rechenbeispiel zur Zinsberechnung. Wir unterstellen mal, das Auto würde tatsächlich rund 35.000 Euro kosten. Dann ein moderater, marktüblicher Zinssatz von 5,5% und eine Monatsrate von 159 Euro. Der Zinsrechner spuckt mir dann im Ergebnis eine Schlussrate aus, die blöderweise immer noch bei 35.000 Euro liegt. So viel zum Thema Preiskampf und Leasing statt kaufen. Man sieht also an den Zahlen, dass man das so natürlich nicht rechnen kann, weil der eigentliche Kaufpreis des Autos niedriger sein muss, damit hier irgendjemand ein Geschäft machen kann. Also versuchen wir nochmal eine andere Rechnung und zwar von hinten nach vorne. Also beginnend beim Restwert. Da wir den natürlich nicht kennen, müssen wir schätzen. Wir schauen mal bei mobile.de. Aktuell werden die Autos dort mit anderthalb Jahren bei ca. 20.000 Euro angeboten. Wir brauchen aber einen Wert für vier Jahre. Ich schätze einfach mal 13.000 Euro. Damit gehe ich in den Zinsrechner. Dann nehme ich meine 159 Euro Monatsrate und 6% marktüblichen Zinssatz. Rechnerisch ergibt sich hier also ein Kreditbetrag von 17.000 Euro, was damit der eigentliche inoffizielle Kaufpreis wäre und ca. dem halben Listenpreis entspricht. Übersetzt heißt das, bei diesem realen Kaufpreis wäre die Leasingrate von 159 Euro wirtschaftlich darstellbar. Kaufen geht natürlich auch. Als Anreiz winken aktuell 4.000 Euro Amazon-Gutschein. Aber wer einen Taschenrechner besitzt, sollte sich gut überlegen, ob man dieser Verführung nicht besser widerstehen sollte. Vergleichen wir das MG-Angebot nochmal im Wettbewerb. Newcomer Citroën EC3. Basisversion zum Listenpreis von 23.300 Euro und damit mehr als 10.000 Euro günstiger als das MG4-Basismodell. Hier rechnet man offenbar etwas anders in der Leasing-Kalkulation. Auch hier identisch 4 Jahre mit je 10.000 Kilometern. Die Monatsrate liegt aber bei 219 Euro und zusätzlich wird eine Anzahlung von 3.500 Euro fällig. Die Summe der Leasingraten ergibt also über die Laufzeit von 4 Jahren einen Betrag von 14.012 Euro und damit fast das Doppelte von dem, was MG aufruft. Spätestens an dieser Stelle landen wir natürlich bei der Aussage des Kanzlers von dieser Woche. Stichworte Dumping und Überproduktion. Unsere kleinen Rechenbeispiele zeigen also, wie offensiv MG hier unterwegs ist und geben einen kleinen Vorgeschmack darauf, was hierzulande im Markt passieren kann, wenn die Preisgestaltung neue Spielregeln bekommt. Den Beitrag bitte nicht als Werbeblock missverstehen. Wir haben einfach mal mit den Zahlen gespielt, um zu zeigen, was nötig ist, um solche Raten anzubieten. Und ich finde die Überschrift Preiskampf eigentlich recht passend. Wer sich für das Auto interessiert, hat neben einer Probefahrt natürlich auch noch andere Informationsquellen. Die Schwächen der Marke liegen nach meiner Einschätzung nach wie vor in den Bereichen Zuverlässigkeit, Aftersales und Software. Einen aktuellen Testbericht gibt es auch von Christoph Schwarzer auf heise Autos. Den Link zum Artikel und den verwendeten Kreditrechner habe ich euch unter dem Video in der Textbox mit verlinkt. Tesla geht all in. Die Zeiten sind auch bei Tesla derzeit alles andere als rosig. Im ersten Quartal 2024 setzte Tesla 9% weniger Autos ab als im ersten Quartal 2023. Gleichzeitig stiegen die Produktionskapazitäten. Tesla hat also massive Überkapazitäten. Wegen der Flaute im Markt für E-Autos und schwacher Verkäufe weltweit will Tesla mehr als jede zehnte Stelle im Unternehmen streichen. 14.000 Mitarbeiter sind von den Entlassungen betroffen. Grünheide trifft es möglicherweise besonders hart. Das Handelsblatt berichtet von bis zu 3.000 Stellen, was rund einem Viertel der 12.000 Mitarbeiter entsprechen würde. Angesprochen auf den Stellenabbau sagte Tesla. Diese Maßnahmen prüfen wir und werden sie für die Gigafactory Berlin-Brandenburg vor dem Hintergrund aller arbeitsrechtlichen und mitbestimmungspflichtigen Erfordernisse unter Einbeziehung des Betriebsrats verfolgen. Die in Medienberichten genannte Zahl von 3.000 betroffenen Stellen entbehrt dabei jeder Grundlage. Aber Fakt ist, die Gigafactory kann mehr Model Y produzieren, als Europa aufnehmen kann. In den letzten sechs Quartalen konnte Tesla in Europa kein Absatzwachstum verbuchen. Das erste Quartal 2024 war das schwächste seit Ende 2022. Noch im März hatte Elon Musk bei einem Besuch des Werks in Grünheide seine Pläne bekräftigt, das Werk weiter auszubauen. An der Börse schwindet derweil das Vertrauen in die Wachstumschancen des Unternehmens. Die Aktie hat in den letzten Monaten und besonders in den letzten Tagen stark eingebüßt. Die Entlassungen folgen auf einen Reuters-Bericht vom 5. April, dass Tesla das seit langem versprochenen Model 2, das 25.000 Dollar kosten soll und Ende 2025 für den Markt erwartet wird, abgesagt hat. Musks Antwort auf X. Reuters lügt. Mal wieder. Kurz nachdem er den Bericht über die Absage des günstigeren Modells dementiert hatte, kündigte Musk an, dass Tesla sein Robotaxi am 8. August vorstellen werde. Elektrek berichtet nun mit Verweis auf Insider, dass Elon Musk den Start des Model 2 tatsächlich zugunsten des Robotaxis eingestellt oder zumindest verschoben hat. Laut Insidern werden nun alle Ressourcen auf die Entwicklung des Robotaxis verwendet. Viele Mitarbeiter, die an der Entwicklung des Model 2 beteiligt waren, wurden im Rahmen der angekündigten Entlassungsrunde entlassen. Tesla investiert seit Jahren in das autonome Fahren, bisher ohne durchschlagenden Erfolg. Denn nach wie vor ist es nur ein Level 2 System, bei dem der Mensch in der Verantwortung ist und zu jeder Zeit übernehmen können muss. Tesla geht jetzt also all in beim autonomen Fahren und künstlicher Intelligenz und das ist eine riskante Wette. Wenn das Robotaxi nicht funktioniert und nicht zur Marktreife geführt wird, dann wird es in den kommenden Jahren kein nennenswertes Absatzwachstum bei Tesla geben. Das Model 2 wird sich stark verzögern und Tesla wird sein Ziel von 50% Wachstum pro Jahr definitiv verfehlen. Vom Cybertruck sollen nur 250.000 Einheiten pro Jahr gebaut werden. Der Kapitalmarkt ist von diesem Strategieschwenk bisher nicht überzeugt. Das Model 2 war für viele Investoren der Garant für starkes Wachstum und weltweiten Erfolg. Im deutschen Tagesgeschäft dreht Tesla mal wieder an der Zinsschraube. Für die beiden Allradmodelle beim Model Y wird in der Finanzierung jetzt wieder ein Zinssatz von 0,0% angeboten. Eine deutliche Anpassung gab es auch für die neu eingeführte Variante mit großer Batterie- und Heckantrieb. Letzte Woche noch Titelthema hier in den Next News, weil die Monatsraten zinsbedingt sogar oberhalb dessen lagen, was die Performance-Variante kostet. Am Donnerstag dann eine Senkung auf 1,99 bzw. 2,99%. Damit bildet sich die preisliche Reihenfolge der Listenpreise jetzt auch wieder in den Monatsraten ab. Globus gibt Strom. Ladestationen auf den Parkplätzen großer Einzelhandelsketten gehören in Deutschland inzwischen fast schon zum Standard. Aldi, Lidl und Kaufland sind sogar selbst Betreiber der Station. Viele andere Betreiber setzten auf Kooperationen mit Handelsketten, zum Beispiel auch die Pfalzwerke mit Hornbach, Rewe, XXXLutz und Decathlon. Auch EnBW, der aktuell führende Betreiber für schnelles Laden in Deutschland, hat bereits viele Einzelhandelskooperationen. Bisher ist die Größe dieser Ladeparks aber oft überschaubar. Selten sind es mehr als sechs Ladepunkte pro Standort, meist weniger. Jetzt sorgte die Eröffnung eines Ladeparks bei Globus in Limburg für Aufsehen. Insgesamt wurden ca. 25 Schnellladepunkte in Betrieb genommen. Die Handelskette verkündete zudem eine Doppelkooperation mit Tesla und EnBW, also mit den Nummern 1 und 2 für schnelles Laden in Deutschland. Dieses Kooperationsmodell soll deutschlandweit ausgerollt werden und noch dieses Jahr sollen an 50 Standorten über 800 Ladepunkte entstehen. Für EnBW sind solche Kooperationen mit Einzelhandelsketten ja bereits Bestandteil der Ausbaustrategie. Für Tesla war das bisher eher die Ausnahme. Ob es am Ende eine Win-Win-Win-Situation wird, muss ich noch zeigen. Für die Kunden bietet die hohe Anzahl der Ladepunkte einen gesicherten Zugang. Die Doppelstrategie sorgt zudem für Wettbewerb. Tesla und EnBW bekommen gut frequentierte Standorte. Und Globus verspricht sich sicher ein paar mehr Kunden, die dann vielleicht auch ein paar Minuten länger im Markt verweilen. Die Stärke des eigenen Ladenetzes ausspielen. Das war mein erster Gedanke, als ich Anfang dieser Woche die Nachricht zu den umfassenden Tarifänderungen für das Ladeangebot Mobility Plus von EnBW bekommen habe. Werfen wir doch heute zusammen mal einen kritischen Blick auf die Angebotsgestaltung des Marktführers für schnelles Laden in Deutschland, bevor wir uns dann die Preisanpassung im Detail anschauen. EnBW ist der drittgrößte Energieversorger Deutschlands. Trotz Umsatzrückgang stieg das Ergebnis im vergangenen Jahr vor Steuern um 60% auf 6,4 Milliarden Euro. Seit einigen Jahren investiert EnBW massiv in den Ausbau eines Schnellladenetzes. 2021 startete der Rollout. Zwischenzeitlich verdoppelte man die jährlichen Investitionen auf 200 Millionen Euro. Wichtig war dabei ein schneller Markthochlauf und die langfristige Sicherung attraktiver Standorte. EnBW verzichtete dabei auf Fördermittel. Man wollte schneller als die anderen sein und die Nummer 1 werden. Viele neu eröffnete Ladeparks sind dabei deutlich größer gebaut als der aktuelle Bedarf. Zusätzlich zur Position als Betreiber eigener Ladestationen bietet EnBW über den Ladedienst Mobility Plus auch ein Fahrstromangebot mit aktuell 600.000 angebundenen Ladepunkten in Europa. Wichtig waren zu Beginn günstige Preise und ein einfaches Preismodell, um möglichst viele Kunden einzusammeln. Dabei hilfreich war eine Kooperation mit dem ADAC. Mitglieder bekamen einen Sondertarif mit günstigeren Preisen ohne Grundgebühr. Jeder vierte Deutsche ist übrigens Mitglied im ADAC. Kommen wir zur Preisgestaltung. Hier ist es am besten zweigleisig zu fahren. Wie macht man das am besten? Zum einen gibt es ja die sogenannten Ad-Hoc-Preise. Das sind die Preise, die man ohne Vertragsbindung bei Direktzahlung an der Ladestation bezahlt. Hier ist EnBW Spitzenreiter mit ca. 90 Cent pro Kilowattstunde unter den Top-Betreibern. Nur Mercedes ist noch teurer, aber die haben aktuell nur einen Ladepark. Tja, wer von euch möchte das gerne bezahlen? Ich sehe keine Hände. Müsst ihr auch nicht. Es reicht ein Download der App und man lädt ohne Grundgebühr ab der ersten Kilowattstunde im Tarif S ab ca. 60 Cent pro Kilowattstunde. Und EnBW hat ganz nebenbei einen neuen Kunden gewonnen. Stichwort zweigleisig. Was mache ich, wenn Wettbewerber ihre Kunden mit ihrer Ladekarte an meine Stationen, also sprich an EnBW-Stationen, schicken? Das soll ja recht oft passieren, wenn man die meisten Ladestationen in Deutschland hat. Als Unternehmen, das sehr viel investiert, will man natürlich auch entsprechende Umsätze generieren. Das Geld muss ja wieder reinkommen. Maßgeblich ist hier der sogenannte B2B-Preis. Man könnte auch sagen Großhandelspreis, also der interne Preis zwischen dem Betreiber, hier also EnBW, und dem Tarifanbieter des Kunden, also die Ladekarte, mit der der Kunde an der Ladestation bezahlt. Dieser Großhandelspreis ist meistens recht hoch und orientiert sich am Ad-Hoc-Preis, dürfte also bei EnBW irgendwo im Bereich 90 Cent liegen. Unabhängig davon kann ich als Tarifanbieter natürlich auch versuchen, bilateral mit bestimmten Betreibern von Ladestationen bessere Preise zu verhandeln. Wieder Frage in die Runde. Wenn ihr sehr viele eigene Kunden und zugleich die meisten Ladestationen hättet, würdet ihr dann euren Wettbewerbern bessere Einkaufskonditionen anbieten? Tja, wozu auch? Die sollen mal schön zahlen, wenn sie meine tollen Ladeparks mit benutzen wollen. Ich vermute, ohne es allerdings zu wissen, dass EnBW keinerlei B2B-Deals im Markt geschlossen hat, zumindest nicht im Verkauf. Die Folge für die anderen Anbieter mit eigenen Fahrstromtarifen ist, dass sie die Wahl zwischen Pest und Cola haben. Entweder haben sie ein einheitliches Preismodell für ihre Kunden, meist irgendwo zwischen 60 und 70 Cent. Aber jedes Mal, wenn der eigene Kunde dann zu EnBW fährt und lädt, legt der Anbieter ordentlich drauf, weil ja im Einkauf grob 90 Cent anfallen. Verlust ist natürlich kein schönes Geschäftsmodell. Die Alternative ist, die hohen Preise in die eigenen Tarife einzupreisen und vielleicht noch 3 Cent Marsche aufzuschlagen. Die Folge sind dann Ladepreise von bis zu einem Euro pro Kilowattstunde, so wie hier irrtümlich fleißig in Anspruch genommen von einem unserer Zuschauer. Der Tarifanbieter war übrigens ChargeMyHyundai, angeboten von Digital Charging Solutions, die auch die Fahrstromangebote für BMW, Mercedes und Kia verantworten. Der Kunde war von einer Hyundai-Kooperation mit EnBW ausgegangen, hatte aber im Tarifdschungel so einiges verwechselt und nur die Karte zum Laden genutzt. In der App hätte er die hohen Preise gesehen. So eben erst am Monatsende auf der Rechnung. Aber zurück zu EnBW und dem eigenen Fahrstromangebot Mobility Plus. Auch hier sind ja 600.000 Ladepunkte angeschlossen. Und als Unternehmen bin ich, also EnBW, im Einkauf der Leistung an diesen Stationen natürlich um günstige Konditionen bemüht. Das heißt, ich versuche mit den größten Ladenetzen bessere B2B-Konditionen zu verhandeln. Sollte dies nicht gelingen, kann man ruhig mal ein starkes Signal nach außen senden. Am besten so, dass es auch wirklich jeder mitbekommt. So hat EnBW zum Beispiel vor vier Jahren die Ladestationen von Ionity komplett aus der eigenen App geworfen. Auch das war Titelthema damals hier auf dem Kanal. Offenbar hat man aber festgestellt, dass Ionity auch schöne Ladeparks hat und oft auch gut gelegen. Und das nicht nur in Deutschland, sondern europaweit. Und wenn du Marktführer werden willst, ist es eigentlich besser, möglichst viele Stationen in deiner App anbieten zu können. Es soll ja auch Kunden geben, die weniger preissensibel sind und stattdessen den Komfort nur einer Ladekarte einem günstigen Preis vorziehen. Also hat man sie wieder aufgenommen und stattdessen den Teuerstempel in der App eingeführt. Hochpreisanbieter und Achtung hohe Ladekosten werden in der App angezeigt. Diese Schublade war natürlich auch vorbereitet für andere Anbieter, mit denen man preislich nicht die gewünschte Basis findet. Neben Ionity wurde hier dann auch EWE Go hinzugefügt, immerhin die Nummer vier beim Schnellladen in Deutschland. Wichtig ist natürlich auch eine allgemeine preisliche Differenzierung, um möglichst viele Kunden an die eigenen Stationen zu lenken. Über eine monatliche Grundgebühr bekommt der Kunde günstigere Kilowattstundenpreise, günstiger aber immer nur der Preis für die eigenen Stationen. Diesen Weg geht die EnBW jetzt konsequent weiter und kündigt zum 5. Juni eine umfassende Änderung der Tarifstruktur an. Festpreise gibt es dann nur noch für EnBW eigene Stationen. Im Tarif S ohne Grundgebühr geht es sogar um 2 Cent nach unten, um die Staffel hübsch zu machen. 59, 49 oder 39 Cent pro Kilowattstunde sind die neuen Preise, je nachdem ob der Kunde ein monatlich kündbares Abo gegen Zusatzgebühr bucht. Alle anderen Betreiber sind natürlich bestenfalls preisgleich oder eben deutlich teurer. Hier gelten dann variable Preise von 59 bis 89 Cent pro Kilowattstunde. Warum jetzt dieser Schritt? Offenbar ist das eigene Netz inzwischen so groß und stark, dass man die Festpreise für die Fremdstation aufgeben kann, ohne das eigene Angebot unattraktiv zu machen. Und die anderen Betreiber da draußen fordere ich am besten auf, sich mit guten Einkaufspreisen bei mir, also bei EnBW, um meine Kunden zu bewerben. Am besten wäre so eine Art Bieterwettstreit in der App. EnBW hat das über einen neuen Filter gelöst. Der Kunde kann seine individuelle Schmerzgrenze beim Preis einstellen und bekommt dann nur noch passende Ladestationen angezeigt. Das neue Tarifmodell ist also eine konsequente Weiterführung der bisherigen Strategie. Unternehmerisch ist das insgesamt sehr clever gemacht und gut umgesetzt. Aber ist es auch fair? Und gab es da nicht noch Partnertarife, zum Beispiel mit diesem Automobilclub mit über 20 Millionen Mitgliedern? Dazu heißt es in der Pressemitteilung, ab dem 1. August 2024 steht der ADAC eCharge-Tarif nicht mehr zur Verfügung. Wir danken dem ADAC für die vertrauensvolle Zusammenarbeit in den vergangenen fünf Jahren. Aber wem gehören jetzt die Kunden? EnBW schrieb mir am Mittwoch. Guten Tag, Stefan Möller. EnBW Mobility Plus und ADAC beenden die Zusammenarbeit beim gemeinsamen ADAC eCharge-Tarif und dann weiter zustimmen und zwei Monate Vorteilspreis sichern. Wir machen Ihnen den Übergang von Ihrem ADAC eCharge-Tarif in den neuen EnBW Mobility Plus Ladetarif S leicht, indem wir für Sie den Preis in diesem Tarif besonders gestalten. Mit Zustimmung zur Vertragsänderung erhalten Sie in den ersten beiden Monaten einen Vorteilspreis von 51 Cent pro Kilowattstunde an EnBW Ladestationen. Das bedeutet, im August und September laden Sie wie gewohnt für 51 Cent pro Kilowattstunde an EnBW Ladestationen. Ab dem 1.10. beträgt der Ladepreis dann 59 Cent pro Kilowattstunde. Beim ADAC möchte man aber die Scheidungskinder nicht kampflos dem Ex-Partner überlassen, denn eigentlich bestand ja gemeinsames Sorgerecht. Auf der Homepage heißt es zum Ende der Kooperation, wir arbeiten bereits daran, Ihnen spätestens ab dem 1.8.2024 ein attraktives, faires und transparentes ADAC eCharge-Angebot mit einem neuen Kooperationspartner anzubieten. Viel härter kann ein Statement zwischen ehemaligen Partnern wohl nicht ausfallen. Im Umkehrschluss heißt die Aussage wohl so viel wie, dass das aktuelle Verlängerungsangebot zu den normalen EnBW-Preisen und ohne ADAC-Preisvorteil unattraktiv, unfair und intransparent ist. Oder habe ich da was falsch verstanden? Der ADAC war zum Hochlauf des Tarifangebots als Partner willkommen, wird aber jetzt nicht mehr benötigt, getreu der Überschrift die Stärke des eigenen Ladenetzes ausspielen. Wir waren bei Fairness, ist das fair? Bei dem Begriff schwingt natürlich auch das Thema Wettbewerbsrecht mit und auch die neue A4 spielt eine Rolle, die ja seit diesem Monat auf EU-Ebene in Kraft getreten ist. Schauen wir zuerst aufs Wettbewerbsrecht. Nutzt EnBW hier möglicherweise eine marktbeherrschende Stellung aus? Dazu wäre natürlich zuerst zu klären, ob EnBW überhaupt so eine Position im Markt hat. Typischerweise wird davon ausgegangen, dass ein Unternehmen eine marktbeherrschende Stellung einnimmt, wenn es einen Marktanteil von mehr als 40% hat. Aber selbst ein Marktanteil von 15% kann als marktbeherrschend angesehen werden, wenn das Unternehmen der größte Anbieter in einem fragmentierten Markt ist. Ob dem so ist, können wir hier nicht beurteilen. Der aktuelle Marktanteil von EnBW liegt nach CCS-Ladepunkten in Deutschland bei ca. 18% und wie viele Anbieter es gibt, weiß ich gerade nicht. Schauen wir doch in die A4, was dort zum Thema Preisgestaltung im B2B-Bereich geregelt ist. Die von den Betreibern öffentlich zugänglicher Ladepunkte berechneten Preise müssen angemessen, einfach und eindeutig vergleichbar, transparent und nicht diskriminierend sein. Die Betreiber öffentlich zugänglicher Ladepunkte dürfen durch die berechneten Preise nicht zwischen Endnutzern und Mobilitätsdienstleistern oder zwischen verschiedenen Mobilitätsdienstleistern diskriminieren. Aktuell drängt sich im Markt aber der Verdacht auf, dass die führenden Betreiber von Ladeinfrastruktur ihre hohen Ad-Hoc-Preise nur dafür im Markt platziert haben, um im B2B-Bereich ordentlich Kasse machen zu können, während man im Direktvertrieb am Endkunden über geeignete Vertragsmodelle deutlich günstigere Konditionen anbietet. Das macht nicht nur NBW so, sondern auch andere. Beispiel EWE Go, Ad-Hoc 79 Cent, über die eigene App 20 Cent günstiger, ganz ohne Grundgebühr. Bei Ionity ist es der Passporttarif, hier mit 5,99 Euro Grundgebühr und dann 49 statt 69 Cent oder eben NBW 87 Cent plus Minutenpauschale und plötzlich nur noch 59 Cent in der eigenen App, ganz ohne Grundgebühr. Der Aufschlag für Ad-Hoc-Kunden liegt hier also mal eben bei ca. 50% gegenüber der App und vermutlich damit auch 50% Aufschlag im B2B-Preis. Tja, ist sowas zulässig? Nochmal zur A4. Eine Differenzierung des Preisniveaus darf allerdings stattfinden, jedoch nur, wenn die Differenzierung verhältnismäßig und objektiv gerechtfertigt ist. Ich glaube, die meisten stimmen zu, wenn man sagt, dass 50% Aufschlag nicht verhältnismäßig sind. Die entscheidende Frage ist aber, ob man bei Betreibern wie EWE Go oder auch NBW die jeweiligen Ad-Hoc-Preise oder die Preise in den Gratis-Abos als Maßstab heranziehen muss. Das Ganze gilt es also noch rechtlich zu klären. Die Frage ist nur, wer wirft den ersten Stein und lässt die Sache vor Gericht prüfen? NBW ist eines der Vorzeigeunternehmen beim Aufbau von Ladeinfrastruktur. Da will man als Wettbewerber wohl ungern vor Gericht ziehen. Uns interessiert natürlich auch eure Meinung zum Thema. Ich hoffe, ihr konntet folgen auf diesen Abwägen im Tarifdschungel. Ist NBW Vorreiter für schnelles Laden in Deutschland mit einer cleveren Strategie, um das Laden günstiger zu machen? Oder nutzt man die Stärke des eigenen Ladenetzes aus und bedient sich unzulässiger Abwehrpreise gegenüber Wettbewerbern? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Die schnellste Reaktion kam übrigens von Tesla. Am Donnerstag wurde die Grundgebühr fürs Monatsabo um 3 Euro auf 9,99 Euro gesenkt und zusätzlich die Möglichkeit eines Jahresabos von 100 Euro eingeführt. Fremdmarken können in diesen Tarifen dann zu den gleichen Kilowattstundenpreisen wie Tesla-Fahrer laden, aber bitte nur 5 Mal pro Tag. Leichtbaukoffer im Härtetest Diese Woche gab es hier auf dem Kanal den ultimativen Kugeltest für einen Elektrotransporter. Im Video geht es um innovativen Leichtbau made in Germany und um die Optimierung von Transportern in Bezug auf Ladevolumen, Nutzlast und darum, wie wichtig die 3,5 Tonnen Grenze in dieser Klasse ist und zwar nicht nur wegen der Führerscheinklassen. Hauptkriterium für viele Unternehmen ist die Lizenz für den gewerblichen Güterkraftverkehr, die ab 3,5 Tonnen erforderlich ist. Allerdings scheuen viele kleinere Unternehmen diese Lizenzierung und sind so in der Nutzung auf 3,5 Tonnen beschränkt, was den Umstieg auf Elektromobilität zusätzlich erschwert, da ja der Akku die Autos schwerer macht. Wenn euch das Thema interessiert, dann schaut euch das Video heute im Anschluss gerne noch an. E-Cannonball 2024 führt die inzwischen schon etablierte E-Mobility-Rallye am 14. und 15. September durch Sachsen. Start und Ziel ist in Dresden. Mitmachen können elektrische Fahrzeuge, konkret Motorräder, PKW und Kleintransporter, sofern sie denn einen Startplatz bekommen. Das Bewerbungsfenster öffnet sich am 24. April um 12 Uhr. Die ersten 10 vollständig eingehenden Bewerbungen haben dabei eine Startplatzgarantie vom Veranstalter zugesagt bekommen. Alle Infos zur Teilnahme findet ihr auf der Homepage zum Event. Tja und wenn es quasi hier um die Ecke stattfindet, wird man mich bestimmt dort auch wieder treffen. Erlkönigsschau. Wir starten mit einem Hyundai Ioniq 7 am NBW Ladepark in Großburg-Wedel. Ein Sender Nick schrieb mir im Auto sitzend, Leider kann ich nicht an die Ladesäule, da vier Südkorea-hannische Menschen alle Funktionen am Auto testen. Nochmal Korea, diesmal voll verhüllt. Sehr wahrscheinlich handelt es sich um die Facelift-Variante des Kia EV6, hier gesichtet von Kerstin in Frankfurt-Rödelheim. Weiter geht es mit einem Renault 5, gesichtet von David im Raum Frankfurt. Das Fahrzeug war mit französischen Kennzeichen unterwegs. Weiter geht es mit zwei Porsche Boxster Cabrio, gesichtet von Stefan in Stuttgart. Er muss nicht vor die Tür gehen, sondern kann aus dem Fenster regelmäßig Porsche-Testfahrzeuge beobachten. Gleiches Modell hier beim Aufladen am Tesla Supercharger in der Nähe von Salzburg, gesichtet von Timo. Durch den Ladeanschluss mittig am Heck und die kurzen Tesla-Kabel war ein schräges Einparken nötig. Neues von Nextmove. Aktuell läuft weiterhin unsere Transporter-Aktion und wir erreichen damit viele Neukunden völlig abseits der bisherigen Zielgruppe Zustelldienste. Vom Partyservice über Schranerei bis Schornsteinfeger ist alles dabei. Ein Auto ging auch zu Daniel von der Firma Energiesachse. Sein Unternehmen bietet unter anderem Photovoltaik, Speicher und Wallbox im Einzugsgebiet Leipzig-Chemnitz-Dresden an. Das Besondere, technisch begabte Kunden können unter Anleitung auch Eigenleistung mit einbringen. Mit dem Auto gab es leider zwei Probleme. Erstens, Daniel kommt selber nicht dazu, es zu testen, weil sich der Elektrotransporter so gut fährt, dass die Kollegen ihm das Auto immer wegschnappen. Problem 2. Weil das Auto so viel genutzt wird und das Laden mit Eigenstrom so günstig ist, passt die Nutzung nicht mehr zur vorab geschätzten Inklusiv-Kilometer-Vereinbarung. Die einfachste Lösung dafür wäre wohl ein Kopf des Autos? Angebot ist raus. Hier nochmal die Konditionen, falls auch du Interesse an unserem Einsteiger-Angebot hast. Maxus eDeliver 3, überwiegend in der Langversion, mit 860 Kilogramm Zuladung bei 6,3 Kubikmetern Ladevolumen, 399 Euro netto pro Monat, 1000 Kilometer inklusive und versichert mit 1000 Euro Selbstbehalt. Aktionsangebot ist für drei Monate buchbar, aber pro Unternehmen sind mehrere Fahrzeuge möglich. Anfragen gerne direkt über die Homepage. Falls grundsätzlich auch Kaufinteresse besteht, dann gerne bei der Anfrage schon mit angeben, damit wir bereits vorab ein Kaufangebot mit machen können und auch ein verkaufsfähiges Fahrzeug tatsächlich auch für die jeweilige Miete auswählen. Die Preise im Kauf liegen je nach Zustand, Version und Laufleistung zwischen 14.000 und 17.000 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Für heute sage ich Tschüss, schaut euch im Anschluss gerne noch den Kugel-Einschlag im E-Transporter an. Wir sehen uns dann wieder nächste Woche. Bleibt gesund und fahrt elektrisch.